Jo, dann wollen wir mal genau das machen. Also die Erzabladen... Und sind wir irgendwie schneller als sonst? Da kommt mir das gerade nur so vor. Ist ja komisch. Genau, ich wollte die Erzabladen, ich wollte die Ressourcen überprüfen, ich wollte Holz wegschmeißen und dann im Osten arbeiten. Dafür könnte ich schon mal... Stahl einsacken. Ja, das werde ich gleich befüttert werden, mit das ist okay. Genau, da kommen schon die Chips, da kommt Stahl. Tuck, 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 tuck. Gib mir, gib mir, gib mir, gib mir. Holz. So. Die ganzen Erze rein. Die da auch. Länfel. Können wir dabei behalten, ist okay, das kann weg. Topaz und so haben wir alle schnappgegrast. Ja, garstig. Oh, Eisenzahnräder, Eisenzahnräder kann ich nicht brauchen. Gib mir alle her. Weil die brauchen wir hier für vier Stück. Genau, bauen wir einfach vier Stück davon und dann haben wir schon einen großen Teil der Mauer abgedeckt. Das ist sehr schön. Das Ding ist immer noch vollkommen ausgeladen. Krass. Brauchen wir jetzt irgendwann einen MK2 Robo-Port hier. Also theoretisch hätte ich Platz, oben auch noch einen hinzubappen. Aber das fände ich ein bisschen overkill. Müssen wir mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Mauern sind hier. Tungsten von neuen Mauern habe ich nicht wirklich. Lasertürme. Drei Stück. Wo ist meine Fabrik, die Lasertürme erstellt? Die... Ich hatte doch eine, oder? Sehe ich gerade nicht. Normale Türme. Habe ich die mal abgerissen? Oh, das kann sein, dass ich die abgerissen habe. Ah, die da. Sehr gut. Gib mir eins der Gläsertürme. Äh, was noch? Fließbänder brauche ich nicht. Die brauche ich... Äh, ich bräuchte noch ein paar mehr Substations. Was fehlt da? Ebenfalls Stahl. Äh, Ressourcen? Wir haben 1300 Stahl. Wir haben genug Eisenplatten, genug Kupferplatten. Ähm, ja, okay. Das heißt, die Roboter sind einfach nur mal wieder ausgelastet. Weswegen ich die Forschung vielleicht auch wieder anfangen sollte. Ähm. Wer von euch hat meinen Stahl? Du hast meinen Stahl. Sehr gut. Dann bau doch bitte mal davon. Und dann haben wir schon fast alles. Ja, bauen noch mehr Roboports und wir gehen schon mal los. Äh, Forschung. Was ist da in die Kisten? Kisten sagen 2020, 2020. Okay. Okay, Forschung. Vorgeschlagen wurde Laser Turret Shooting Speed. Wofür ich stark bin. Wegen den Königen, die jetzt gerade aufgetaucht sind. Laser Turret Damage würde Science Packs kosten. Die Laser Gun. Laser Shut Gun. Eigentlich bräuchte ich auch für mich eine Möglichkeit, die Könige zu töten. Aber ne, der Driller ist wichtiger. Wenn ich den Driller erstmal habe, dann kann ich auch durchgehend Munition herstellen. Ja, wobei, wir werden jetzt bald durchgehend angegriffen. Das heißt, ich habe genug Leichen zum Zerlegen. Theoretisch. Schwierig. Bessere Roboter. Hat den Nachteil, dass es zum einen lange dauert und es hat diesen Dreifach-Multiplikator da drin. Und da kommen die Fabriken ja nicht hinterher. Also würde es ziemlich lange dauern zu bauen. Das ist alles Mist. 475 ist eine ganze Ecke. Brauchen wir für fast alles. Very Fast Inserter? Oh man, Very Fast Inserter. Warum habe ich so ein komisches Ding in der Hand? Nein. Achso, und wo wir gerade bei sind. Bau bitte auch noch ein paar Lichter. Weil sonst sehe ich hier nichts. Nichts sehen ist nicht toll. Zack, zack. So, 1, 2 Abstand. Hier ist schon der nächste Roboport. Gut. Wir werden auch schon abgetragen. So nach und nach. Mach hier nochmal mehr. Ich sagte, mach hier nochmal mehr. Ja. So. 1, 2. Da eigentlich. So. So. Da kommt einer hin. Und ich bereite jetzt schon mal alles vor. 1, 2. Da kommt hier der nächste hin. Weg. Weg. Na komm. Weg. Da kommt der nächste Roboport hin. Davon haben wir jetzt schon 5 auf Tasche. Das ist richtig schick. Das heißt, das ganze Gebiet hier können wir auch abdecken. Hier wird es jetzt langsam ein bisschen voll. Also mit Bäumen. Warte, wo muss ich überhaupt? Da. 1, 2. Hier. Hier muss so ein bisschen Rundumschlag gemacht werden. Und bauen wir bitte 2, 3 neue von denen, die da. 10 Stück klingt gut. So. Jetzt kann ich da zwar nicht reingehen für eine kurze Weile. Aber danach ist alles frei. So. Zerstört das Ding auch Gebäude? Ah, jetzt ist es zu spät zum Testen. So. 1, 2. Immer die falsche Waffe. So. Damit ich... Achso, das ist nicht angeschlossen jetzt. Du. Da. Ja, gleich. So, jetzt ist das über drei Ecken alles verbunden. Das heißt, auch da oben können wir die abreißen. Was ich allerdings vorher gerne die Construction Bots machen lassen würde. Also vor dem Abreißen der ganzen Bäume. Was ja nicht so wirklich wichtig ist, sondern mich nur stört. Mauern bauen. Mauern bauen, Mauern bauen, Mauern bauen. Einfach überall, wo ihr Platz findet. Mauern bauen. Weg, weg. Weg, weg. So. Hier sind auch schon Lasertürme. Hier müssten wir noch ein paar setzen. Immer mal 4, 2. Also es nimmt langsam Formen an. Das Problem ist jetzt nur... Die werden keinen König töten können. Die werden ein bisschen aufhalten. Die werden den Kleinkram töten können. Aber der König wird da durchbrechen. Das heißt, das Tungsten-Ding müsste eigentlich viel schneller arbeiten. Wir bräuchten viel mehr. Und wir bräuchten eine Tungstenmauer komplett einmal rum. Und dann noch die Topaz-Dinger. Genau, Forschung. Das heißt, ich gehe jetzt weiter in Richtung Fünferdrill. Nicht in Richtung der Lasershotgun. Sondern in Richtung der Türme. Das heißt, ich brauche jetzt wahrscheinlich diese ganzen Zwischenschritte. Die Dinger hier. Da ist der Fünferdrill. Genau. Ich brauche Rotors and Blades. Research. Weg. Ähm, 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 ähm. Nicht du. Du. So. Und wenn ich den jetzt gesetzt habe, also diese Reihe mit dem Robo-Port, dann lasse ich die Roboter auch erstmal arbeiten. Also ich verteile dann hier noch ein paar Aufträge für die Construction Bots. Aber das muss doch erstmal reichen. Was ich dann machen werde, ist SkyNet anschalten. Damit SkyNet ein paar mehr Logistik-Roboter herstellt. Weil wir kommen da langsam nicht so wirklich hinterher. Und ich sehe mich in den nächsten Folgen nicht die MK1-Roboter bauen mit den 10 blauen Chips jeweils. Das ist ein bisschen Overkill. Deswegen ist einfach mehr MK0-Roboter, glaube ich, die beste Alternative. Und da müsste SkyNet ja ganz viel auf einmal rausspucken können, weil die ganzen Ressourcen sich schon staunen. Du, da. Ein bisschen Licht noch machen. Achso, genau. Und Roboter-Aufträge. Mach das alles weg. Und hier vorne alles weg, damit wir die Mauern bauen können. Zack, 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 zack. Oh. So. Drehen. Mauer, 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 mauer. Mauer. Geht doch langsam. Achso, hier alles zu. Sieht schon fast wie eine Verteilungsanlage aus. Keine gute, aber eine. Wollen wir weg. Oh, da fehlt noch eine Lücke. Ja, Süden ist jetzt komplett ungeschützt. Was sagt die Karte in Richtung Süden? Oh. Ja, die Karte sagt was in Richtung Süden. Und zwar sagt sie, dass da hinten auf der anderen Seite des Sees eine Basis ist, die gerade geschnüffelt. Und die Basis könnte dann stinkig werden und hier lalalala am Ufer langlaufen und unsere Basis von Süden angreifen. Also da, wo null Verteidigung ist. Yay. Wow. Mauern. Ist echt nicht mein Tag. Aber habe ich verdient, ne? Ich habe jetzt so viele Folgen lang versucht, die Basis weiterzubringen und die Verteidigung vorkommen missachtet. Da war es echt nur eine Frage der Zeit, bis das jetzt langsam ernst wird. Und ich hoffe, das haut so weit hin. Weil hätte ich das alles nicht so gemacht, dann wäre von vornherein mehr Verteidigung gegangen, dann hätte ich noch mehr Zeit gebraucht, um an diese Stelle zu kommen. Und ich fand das so schon die letzten Folgen ein wenig. Oh. Oh, hier ist ein Egen und Fehler drin. Das ist nicht gut. Ich fand die letzten Folgen eher ein bisschen viel Grind. Also gerade mit den Ressourcenbeschaffungen und so weiter. Deswegen, ne? Ich denke, so wie ich das bisher gemacht habe, war es schon in Ordnung. Hier müssen überall Lasertöme hin. Ja, fangen wir mal hier an. Ja. Hier ist das alles komisch. Die Mauern falsch stehen. Aber sei es drum. Ich mache einfach so, dass immer ein, zwei Felder frei sind. Genau wie auf der anderen Seite. Aber im Gegensatz zu Osten und Westen sind hier die Substations wesentlich näher dran. Das heißt, ich habe nicht so viel Platz, um die Topaz-Türme dann hinzubauen. Ob die Topaz-Türme fällt hier an die Seite ran oder so. Das ist auch okay. Hauptsache, es ist irgendwas da, was die Massen auffällt. Außerdem dürften die ganzen Basen, die jetzt gerade noch so um uns rum wimmeln, eigentlich keine Könige haben. Die müssten alle noch die alten Spawns haben. Also die Berserker, Eldarbeiter und was weiß ich. Weil die Könige tauchen ja erst auf, wenn der aktuelle Spawn stirbt. Falls ihr euch daran erinnert, wir hatten ja vor kurzem das gehabt, dass wir auch Basen töten waren. Und da wir so lange nicht bei der Basis waren und dann wieder zu ihr hingekommen sind, hatte die Basis noch komplett nur die kleinen Beißer. Weil halt die kleinen Beißer nicht gestorben sind und dadurch der Platz frei wird für die garstigeren Viecher. Das heißt, nur die Basis da unten hat jetzt einen König. Das heißt, wir können jetzt nicht einfach so vom Nordwesten mit Königen überrannt werden. Das heißt, es würde, wenn ein Angriff kommen, dann erstmal ein normaler Angriff und danach hätten wir ein Problem. Also eine ganz kleine Schonzeit haben wir noch. Trotzdem sollte ich es gar nicht anschmeißen. Es ist gar nicht da. Wie habe ich dich deaktiviert? So. So, was haben wir jetzt genau? Wir haben jetzt die schnellen Ärmchen. Was? Wow. Okay. Ja, bau trotzdem mal ein paar davon und überleg dir mal, wo du die am besten einsetzen kannst. Wahrscheinlich beim Draht, oder? Oder bei den Drills. Wobei hier ist das eh schon alles voll. Naja, wir haben sie erstmal, das ist gut. Also, was wollte ich machen? Ich wollte, äh... Genau, ich wollte nach Tungsten gucken für die Mauer. Dass wir die immer schön weiterbauen können. Alles her damit. Blei ein bisschen mehr auf Tasche haben. Zink her damit. Ja, Schittin. Eigentlich müsste ich jetzt alle Leichen besser zerlegen. Strom. Strom sieht okay aus. Aber sobald der Angriff kommt, werden wir ein Problem haben. Wie schaut's aus mit Akkus? Ja, genau. Bau mal. Davon 35 Stück. Und guck mal runter, was die Batteriefabrik so macht. Hält sich, ne? Genau, mit Speed-Modulen. Alles okay. Ist durchgehend am Arbeiten. Ja, Rubine. Haben wir noch irgendwas anderes? Neues, Tolles? Nö. Weil ich sie nicht einsammle. Naja, müssen wir im Westen dann regelmäßig machen. Also mit dem roten Blueprint die ganzen Leichen einsammeln. Damit wir an die grünen Leichen kommen, um daraus den Smaragden zu machen, um aus den Smaragden später die Shotgun-Money zu machen. Also die Laser-Shutgun-Money. Und ich sammle immer wieder Roboter ein. Skynet. Skynet. Müsst du immer noch fleißiger machen. Müsst du immer noch fleißig machen. Ja. Die Sachen werden jetzt aber immer noch nicht hier reingelegt, richtig. Ich brauche eine zweite Kiste. Wurde schon vor einer Weile vorgeschlagen, aber jetzt mache ich es einfach mal. Du. So. Zweite Kiste. Dahin. Geht schneller so rum, ne? Ja. Du weg. Du hin. Und du bist jetzt nur für die Repair-Packs zuständig. Damit das nicht durcheinander kommt. Repair-Pack. 50 Stück. So. Ist aber eh schon alles voll. Das heißt, wir haben jetzt 25 Roboter mehr. Und sind immer noch komplett ausgelastet. Ja. Jetzt klappt das auch mit den Robotern da. Wird da hingelegt. Wird vom Roboter abgeholt. Wird vom Roboter abgeholt. Wird vom Roboter abgeholt. Alter Schwede. Wird vom Roboter abgeholt. Wird reingelegt. Wird da reingelegt. Kommt raus. Arbeitet weiter. Okay. Na? Wir haben Roboter nichts zu tun haben. Das ist ja gut. Okay. Das heißt, ich kann mich jetzt wieder um den Osten kümmern. Bau bitte. Wo sind meine Lasertürme? Sind die alle? Ich habe... Okay. Ich habe 50 Lasertürme gerade verballert. Brauchen definitiv mehr Strom später. Stimmt. Das könnte ich kurz machen. Ich könnte... mir einen Platz suchen für Stromversorgung. Also... Da hinten wäre auch Wasser. Ich hätte gerne irgendwas, was schon ein bisschen näher dran ist an dem Stromzeug. Genau. Also an dem Netz hier. Macht mal bitte das alles weg. Ich habe das Gefühl, ich muss bald neue gelbe Kisten bauen. So, also die Idee wäre, ich mache jetzt hier einfach einen Streifen. Also alles Wasser weg bis auf einen Streifen Wasser. Und da kommen dann die Engines hin. Es wird nicht genauso groß sein wie da hinten. Das heißt, ich werde es nicht unbedingt copy-pasten können. Aber vielleicht ein Teil davon. Das wäre schon mal ein Anfang. Habe ich die Vorlage überhaupt noch?